Wir stehen vor der Kathedrale von Tagigarau. Heute sind wir in ein Gebiet gefahren, Bagau, welches sehr stark vom Sturm betroffen ist. Der Sturm hat dort seine gesamte Kraft entfaltet. Viele Häuser sind zerstört. Wir haben zerstörte Felder gesehen und waren geschockt von dem, was wir gesehen haben. Wir haben gute Daten, unsere Nothilfe jetzt zu planen und durchzuführen. Ein ganz interessanter Punkt ist, dass mein Kollege mit einer indigenen Bevölkerungsgruppe, Menschen einer indigenen Bevölkerungsgruppe sprechen konnte. Die sogenannten Indigenous People sind in Bagau ansässig. Während unserer Befragung in der municipality in Bagau ich habe diese indigenen Familien von Santa Margherita kennengelernt. Dort kann man 114 indigenen Familien finden. Und als ich mit ihnen gesprochen habe, haben sie die Nahrung und Schwerung geholfen. Wir werden uns auf Nahrungsmittel konzentrieren und dann brauchen die Menschen ganz dringend Materialien, um ihre Häuser wieder aufbauen zu können.